Wir präsentieren die Reef Control Familie, ein revolutionäres Programm, das ihre wichtigsten Parameter mit bis zu sieben austauschbaren digitalen Reef-Sensesonden und Sensoren überwacht. Zusammen mit einer intelligenten Energiezentrale bietet es Ihnen unübertroffene Präzision und Flexibilität zu einem erstaunlichen Preis. Die Reef Control Familie umfasst zwei Steuergeräte, das Reef Control Lite und das Reef Control Pro Beide Modelle bieten nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern sind dank ihrer digitalen Reef-Sensesonden und Sensoren echte Pioniere. Im Gegensatz zu herkömmlichen analogen Fühlern, die vorher zugewiesene Anschlüsse benötigen, kann jeder der digitalen Reef-Sensefühler und Sensoren direkt an die Reef Control Pro und Lite angeschlossen werden, so dass Sie Echtzeitdaten, Benachrichtigungen und vollständige Protokolle und Grafiken zur Überwachung und Analyse erhalten. Das Reef-Sense-Sortiment umfasst derzeit Temperatur, pH mit integrierter Temperatur, eine hochpräzise vierpolige Salzgehaltssonde mit integrierter Temperatur, ein ATU-Modul und einen Leckdetektor. Diese hochmodernen Sonden können sogar ohne Anschluss an den Controller direkt über Bulltyp von Ihrem Mobiltelefon aus verwendet werden. So können Sie beispielsweise den Salzgehalt und den pH-Wert einer neuen Wassermischung überprüfen oder Ihre Sonden reinigen und kalibrieren, ohne sich neben das Technikbecken zu begeben. Da die Reef-Sensoren digital sind, kann jeder neue Sensortyp, der verfügbar wird, nahtlos in das System integriert werden, was Reef Control im Wesentlichen zukunftssicher macht. Die Reef Controls verfügen außerdem über integrierte 12-Volt-DC-Ausgänge zur Steuerung von Zusatzgeräten wie einer ATU-Pumpe oder einem Kühlventilator. Beide Reef Controls können physisch an das Reef Control Power angeschlossen werden, ein intelligentes, unabhängiges Strommanagement-Tool für Red Sea und andere Geräte. Mit dieser Kombination können Sie jedes beliebige Gerät auf der Grundlage der Messwerte der Reef-Sense-Sonden ein- und ausschalten und sogar Ihre Nicht-Rehziehgeräte in Ihre Fütterungspläne, Wartungsszenarien oder Notfallprotokolle einbeziehen. Zum Beispiel kann ein Reef-Sense-Temperaturfühler jetzt automatisch Ihre Heizung steuern. Reef Control Power bietet je nach Region 6 oder 8 Steckdosen mit zeitgesteuerter Steckdosenplanung und individueller Steckdosenstromüberwachung. Mit der Möglichkeit, die Sonden jederzeit zu wechseln, müssen Sie nur noch entscheiden, wie viele Parameter Sie überwachen möchten. Der Reef Control Light kann zwei Sonden und ein 12-Volt-DC-Gerät betreiben und wird mit einer pH-Sonde mit integrierter Temperatur geliefert, während der Reef Control Pro vier Sonden oder sieben mit Hilfe des Reef-Sense-Fier-Port-Expanders, sowie zwei 12-Volt-DC-Geräte unterstützt und ebenfalls mit einer pH-Sonde mit integrierter Temperatur geliefert wird. Der Reef Control Pro Deluxe unterstützt bis zu sieben Reef-Sense-Sonden und zwei 12-Volt-DC-Geräte. Er enthält die pH-Sonde mit integrierter Temperatur, eine präzise vierpolige Salzgehaltssonde, eine ORP-Sonde und einen Leckdetektor. Alternativ können Sie unseren MyController-Assistent nutzen. Ein einfaches Tool, das alle verfügbaren Sonden, Kontrolle und Preise zeigt, um das ideale Überwachungssystem für Ihr Reef zu erstellen. Reef Control. Behalten Sie Ihr Aquarium im Blick.